Ich bin jetzt nicht so ganz sicher auf die Geschichte, aber die ist so, dass bestimmte Sachen sehr, sehr schwierig waren in China, dass schlimme Sachen passiert sind und Leute wussten nicht, was sie damit machen sollen. Und die sind dann zu Manjushri gegangen und haben um Rat gebeten und er hat als Antwort darauf diese schwarze Astrologie gelehrt. Und first he said, when Manjushri talked, that he made one, he made created one, how to say in English word, illusion, not illusion, something like one ocean and then one turtle. Turtle, ja. Und das erste, was er, er hat seine Antwort zuerst als eine Art Bild gezeigt, ein Bild eines Ozeans und darin eine Schildkröte. Und Manjushri, der hält hier ein Schwert und er hat dieses Schwert in die Schildkröte unter dem Panzer da durchgestochen. Then turtle was so painful, no? Then he grabbed from his forehand, you know, two hands and two legs earth and then he was so hot that he, fire was came from his head and all his urine was gone out. Then this is the, this some kind of example. Then he made the, from this example he taught the astrology. Okay. So, und, und da war so viel Schmerz in dieser Schildkröte drin, dass er alle, alle, mit allen Füßen Erde gekrallt hat, gegriffen hat, dass ganz viel Hitze und Feuer aus seinem Kopf entschwunden ist und Urin hat er abgelassen. Und aus diesem Bild, das wurde dann umgesetzt in dieses hier und davon hat er dann Astrologie gelehrt. It is not real, it is like a, how do you say, illusion. He created some kind of illusion. Maybe that time, maybe there was no blackboard, nothing, no? He need something to example and he created all these things. Also es ist keine tatsächliche Geschichte, das ist wie ein Gleichnis, was er genutzt hat. Die hatten damals keine, keine Tafeln, wo sie was drauf erklären konnten, sondern musste was gezeigt werden. And then he made, they say, five elements, was just all, all in this turtle, no? When he put his sword this way, then there was a wood on this side, east. Because his hand, what is, his sword, this was wood, no? Then turtles, there was like a fire in his head and fire element here. Then his, this sword was came out here, then metal element here. And then his urine and water goes out, that is the water element. And he holds the two hand and leg earth, that is the four earth element. Very good. And it was very easy to teach. Yeah, good to remember. Und das kann man halt hier sehr gut dann an diesem Bild sehen, dass das Schwert ging vom Osten rein und der Griff war aus Holz. Deswegen ist da das Holzelement und auf der anderen Seite das Metallelement des Schwerts. Und dann war das Feuer im Kopf, da ist da, oder die Hitze im Kopf, da ist da das Feuerelement, der Urin, der unten rauskam, das Wasserelement. Und die vier Füße, die sich an die Erde krallten, heißt, dass hier überall das Erdelement ist. Insofern kann man sich das gut merken. And this is not only astrology system in the Chinese, akupunkture or feng shui or all are based on these five elements, everything. Und nicht nur Astrologie, sondern in China sind auch feng shui und, was war, what was the other one? Astro, und akupunktur sind auch... Medicine system, everything, all culture, nearly all are based on this. Die ganze chinesische Medizin, all das ist basiert auf diesem Bild. Und auch in Tibet, also da wird für, um den Kalender herzustellen und solche Sachen, wird die weiße Astrologie benutzt, aber wenn es um Krankheit geht und Pujas und Zeremonien, die man machen muss, die basieren alle auf diesem, also auf der schwarzen Astrologie. Like, more like everyday life, people have difficulties or whatever, they are related to livelihood, all are related to this astrology system. Also, auch wenn Menschen in ihrem Alltag und in ihrer Arbeit Schwierigkeiten haben, all das wird auf der Basis von der schwarzen Astrologie betrachtet. Then you look in the page two, no? This five element, you know that now, on the total place. And after five element, then all the human being was divided to this twelve element, you know, everybody have heard before, no? Und jetzt kann man auf der zweiten Seite sehen, die Grundlage der fünf Elemente und der Mensch wurde dann nach diesem Bild aufgeteilt in diese zwölf Tiere. Und diese fünf Tiere, die, das fängt man mit der Maus an und dann Maus, Ochse, Tiger und so weiter geht das dann rum. Und dann aus diesen zwölf Tieren und den fünf Elementen werden, kriegt man sechzig verschiedene Kombinationen. In Tibetan, it's like normally in the here Western, we calculate one century for a hundred years or something, no? In Tibetan, we call Rabjung every 60 year one circle. I think it was started before it was 16. Rabjung was 16, now it's 17 is going on. It started in 1987, I think, again. Und bei uns wird ja häufig, rechnen wir ja die Jahre in Jahrhunderten und in Tibet wird das in Gruppen von 60 Jahren berechnet. Jetzt sind wir, er sagt, er glaubte, jetzt sind wir am 16. 17. Jahr, dass das 87 wieder angefangen hat. Und manche Leute sagen halt, dass Manjushri das so gelehrt hat, dass diese zwölf Tiere und diese Elemente, aber ich glaube eher, dass der Charakter von Menschen dadurch bestimmt werden kann. Und diese Auswirkung dieser zwölf Tiere wird halt, die gibt es jedes Jahr, gibt es ein Tier, aber es gibt auch jeden Monat, jeden Tag, kann man diese Auswirkung spüren, sind die wirksam. Und dann, die zwölf Tiere, die Sie haben, 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 die Sie haben. Und die Menschen sind auch ein bisschen anders. Zum Beispiel, dieses Jahr ist ein Tiger-Jahr, und ein Tiger ist ein zwölf Tier, das war ein bisschen mehr aggressiver als alles, das die größte dominierende Dinge. Und da kann man eben halt sehen, also mit Maus, Ochse oder Tiger, jetzt zum Beispiel ist dieses Jahr ein Tiger-Jahr, und da, der Tiger ist vielleicht der aggressivste dieser zwölf Tiere. Also was thinking a little bit related with the wars, no? Tiger was started and war was started, I hope it will end when Tiger goes away. Und ich denke, da kann man eben halt auch sehen, zum Beispiel jetzt dieses Jahr, die Kriege, die wir haben, die stehen unter dem Tierzeichen des Tigers, und hoffentlich wird dann mit dem neuen Jahr, wenn dann der Hase dran ist, der nur noch Gras braucht, Gras frisst, dann auch der Krieg beendet sein. Normally, this Tiger, Monkey, and there is three stage on this twelve animal, Tiger, Monkey, Peek, and Snake, they are in the more first stage power, and then second middle is the mouse, horse, bird, hare, they are in the middle, and the lower is the ox, sheep, dog, and dragon, they are in the last stage, like that. That was too fast. Oh, sorry, can we take it with... Okay, es gibt drei Abschnitte, also die machtvollen, die kraftvollen sind Tiger, Affe, Schwein und Schlange, dann im mittleren sind Maus, Pferd, Vogel und Hase, und die mit weniger Macht sind Ochse, Schaf, Hund und Drachen. Und that is... I'm sorry, is this powerful of energy, or powerful of in what sense? It's both energy and also the power on many things, I think it can... Everything is... Also wird, also macht oder kraftvoll wird hier auf verschiedene Arten und Weisen verstanden, also sowas Energie als auch geistige und so weiter. Also think that astrology doesn't mean all hundred percent, no? There is some influence. Always think, you think always all happen what says, but that means then makes more typical. Also es ist ganz wichtig, sich auch daran zu erinnern, dass die Astrologie jetzt nicht keine hundertprozentigen Aussagen macht, sondern dass sie über Einflüsse redet. And then after five elements and the twelve animal signs, after that in Tibetan astrology, we have nine numbers, that is very important. And this also goes on every year one number. Und dann gibt es, also wiederum wichtig, die neun Nummern, die hier beschrieben werden. Every year is one number? One number. Jedes Jahr ist eine dieser Zahlen da, eine dieser Nummern. Und das sind 60, 60, 60, 60, 60, 60 circle, no? With animal and element. And then there is also combination with the one number. And it becomes sometimes, hundred and eighty, 63 times, no? Hundred and eighty circle of the, this astrology system. Because of, because of element, animal, that becomes 60, no? Und in 60 Jahren, mit der Nummer 9 Kombination, es wird 180 Zirkel. Warum 3x, sondern 9x? Ich weiß nicht, es wird so. Bislang hatte man die Kombination von den 5 Elementen und den 12 Tieren. Da kriegt man 60 Kombinationen. Und jetzt mit den 9 Nummern dazu wird das Ganze verdreifacht. Dann kommt man zu 180. Und diese Zahlen sind halt hier mittendrin in dem Kreis. Das sind diese 9 Zahlen, die sind sehr, sehr wichtig im tibetischen Kalender. Und die Zahlen, die werden mit, was ist denn mal? Geburtsmal? Mal. Leberfleck oder Geburtsmal? Werden die dann bezeichnet? Ja, das ist, like a birthmark, no? Ja. Es wird auch beschrieben in der Lebensgeschichte von Dalai Lama zum Beispiel, dass wenn ein Kind gestorben ist, dass man da etwas dunkel macht an irgendeiner Stelle am Körper und das nächste Kind, was geboren wird, also für die Mutter hat dann manchmal da ein Geburtsmal. Und dann, da unten ist ein Hauptschild der Black-Tibetische Astrologie, das zeigt, wie es das 12-5-Element ist, in dem Westen ist das Wood, im Süden ist das Feuer, Metall, Wasser und zwischen dem ist das Earth-Element. Und jetzt hier beim zweiten Teil auf der zweiten Seite ist die hauptsächliche Überblick davon, und da kann man die Beziehung sehen zwischen den Himmelsrichtungen und den anderen, den Elementen hier. Und Erde ist immer dazwischen, also zwischen Wasser, Metall, Holz und Feuer. Ja. Und da sind auch alle 12-Elemente-Animale-Signen. Und es beginnt mit dem Tiger, in der Süden und hier, in der Süden, 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 in der Süden. Und wo du da bist, das ist dein Tier-Animals-Vitalität oder Lebens-Element. Zum Beispiel, Tiger-Vitalität oder die Translator-Vitalität hier. Es ist Lebens-Element. Jeder hat vier verschiedene Elemente in unserer Persönlichkeit. Und das, wie ein Tiger und hier, der Lebens-Element ist immer Wut, das ganze Leben. Und hier wird eben, also hier sieht man auch die Tiere drin, und da werden die, die Lebens-, die Vitalität oder die Lebensenergie wird damit auch beschrieben. Da ist jetzt zum Beispiel hier, der Tiger ist im Osten, das ist dann verbunden mit Holz. Und das ist die Energie, die man dein ganzes Leben lang hat dann. Ja. Und zum Beispiel, in diesen Tagen ist es, dass auch dein Leben-Element ist sehr wichtig, in deinem Leben. Auch in Indien, in diesen Tagen, wenn wir in der Astrologie sind, die Leute fragen oft, welche Farbe Auto ich kaufen sollte. Und ich empfehle immer, dass du das Auto wirklich mit deinem Leben kaufen müsstest. Wenn du diese Farbe kaufen möchtest. Beispielsweise Tiger und hier. Aber ich glaube nicht, dass es nicht so viel grünes Auto gibt. Und in Tiwet fragen heute, heutzutage viele Leute, welche Farbe Auto sollte ich denn kaufen. Und ich mache da immer eine Verbindung zwischen dem, dem Lebens-Element. Also dass eben dein Auto hat viel mit der Lebens-Energie zu tun. Dass eben die Farbe des Autos zu diesem Element passen sollte. And all four elements, there is a yellow car, no? But yellow maybe. But if you don't find, then you can also the element later becomes the mother element. If you can take the mother element. But maybe not, should not take, maybe your enemy element, no? This will come later. Also später machen wir dann auch Verbindung mit dem Element der Mutter oder dem Element des Feindes. Da kommen wir noch drauf. That is all your, everybody's life, life element, you know, no? That is quite important for your life. Also da kann man jetzt nachsehen, welches unser Lebens-Element ist. Also das ist ganz wichtig. Und wie es funktioniert ist. Und wie es funktioniert ist. All das funktioniert ist, dass diese fünf Elemente, da haben wir eine Mutter, eine Freundin, eine Freundin und eine Freundin. Das sind vier Dinge. Das ist auch in unserer Leben. Wir haben eine Mutter, die sehr interessiert und unterstützt uns. Und eine Freundin, eine Freundin und eine Freundin. Und daraus werden dann so Sachen berechnet oder sich angesehen wie die Mutter, der Sohn, der Feind, und eine Freundin und eine Freundin. All right. Okay. I need to remember far less. It's all written down. All is written in Page 3. Page 3. Mutter, Sohn, Freund und Feind. And this, all five elements, that is how it functions, everything. Also das ist, wie die fünf Elemente funktionieren. And that upper chart and lower chart, that is the basic of all calculating, no? How you calculate in this astrology system. That if you have two-person relationship also, you can look at others, what is his life element and your life element. It goes enemy or it's friend, or best is the mother and then friend, normally then son, then enemy, no? Enemy not so good combination, but other threes are. Son is medium and friend and mother is better, yeah. I see. Und daraus kann man dann eben so Sachen sehen, wie welche Personen eher in die Rolle von Mutter oder Freund, also recht nahe sind oder des Sohnes ist mehr in der Mitte oder des Feindes, das ist mehr entfernt oder schwieriger. Das kann man aus solchen Sachen kalkulieren. Also, so the first, sorry, the first bit is our element, under element, and then you can look it up. Yeah, look it up, yes. Also, das erste ist eben sein eigenes Element und dann die Beziehung. Later we will talk, each person, no? We have in our life, we have an important thing. It's first that we, our life, we are not, our life is very important, no? We are not happy. If life is end, then there is nothing, no? Yeah, so, also, das sind, werden wir uns ansehen. Also, das Wichtigste ist natürlich das Leben. Ohne das Leben haben wir gar nichts. Life element. The second is, we are alive, but we need to have a good health, no? Then it's called body element, like a health element is there. Also, das erste ist das Lebens-Element, das zweite ist das Element für unsere Gesundheit. Das ist das Zweitwichtigste, dass wir gute Gesundheit haben. Aber das wird alles auf der nächsten Seite beschrieben. Oh Gott. It's here in the page four, no? Yeah. You see, first is written down, you look in which year you are born. But in Chinese and Tibetan New Year normally starts in mid-February, no? This day you can look in mobile also, where you, where it New Year's, no? How are you? And that year, if you are born in February, beginning of end February, then it's not so sure, no? Sometime it goes up. Like, if you're born in, like, this year's January or beginning of February, that means you are not tiger, you are, hm. What's that? Also, hier auf der vierten Seite kann man nachsehen, sein Geburtsjahr, und das ist eben halt, das Neujahr fängt im Februar an. Insofern, das lässt sich leicht nachsehen, aber wenn man im Februar, Mitte Februar geboren ist oder so, dann könnte das entweder das eine oder das andere Jahr sein. Da muss man genauer gucken, wann da die Jahreswende war. Ja. Ja. Then first is vitality is like life. I don't know in English word exactly what it means. What it means? Vitality means? Vitality? Ja. It's like... Life energy. Life energy. Oh, okay, okay. Lebensenergie, vitalität. Okay. That, that element first. Second, body means health. Our, when we, first important is our life, if there is difficulty or anything dangerous. And then second, how is our health? Then third is power. Power is wealth. Power means wealth. Wealth, did you say? Yes. Wealth, did you say? Wealth. Wealth, how wealth, no? If you have good health, good life, but also you need money to survive, no? Maybe that is... And then last is also if you have all, if you have no luck, then it's not good, no? Luck, that is wind. What we Lungta, Lungta calls. What we make prayer flag. That is connection with this wind. Und das letzte, La, das ist die Beschreibung, ah, nirght, eh, nirght. Not La, Wind, Wind. Sorry. Dann nächste kommt dann, Wind. Also das ist Glück zu haben für Dinge, also das sind... Da werden auch die... Die Mantras werden ja vom Wind weitergegeben. Das ist das Wichtige da. La ist, La means Tibetan, it is soul, I think so. Und La ist das Letzte, was da beschrieben wird, also normalerweise gibt es nur vier, aber das wird auch noch zugefügt und das ist über die Seele, welches Element die Seele hat. This also sometimes is important, because sometimes people are all okay, but they feel like they are lost, you know, and they can't get recovered, they do whatever treatment and things. Then they look, oh your, this La, soul, this element is lost or something, then there is special puja to do, they, they do, they make, they, you give small turkai, no turkai, stone, turkai stone? Oh turkai. And then the Lama make puja every day, then they measure, turkai will give, become every day a little bit more heavier, then end, one week after it becomes quite heavy, then put it on his neck and then he recovers normally. Okay, also manchmal ist es so, hat man jemanden, der ist recht gesund und hat Lebensenergie, Körperenergie, alles gut, aber ist trotzdem verloren oder verstört und da guckt man sich dann eben auch das La-Element an. Und da gibt es dann bestimmte pujas oder so, die gemacht werden können, also zum Beispiel, dass das mit einem Türkis abläuft, dass da eine puja gemacht wird, wo dieser Türkis beteiligt ist und der wird dann nach Tagen und Tagen wird er immer schwerer und wenn der richtig schwer ist, dann wird das der Person gegeben und die kann sich das um den Hals hängen und wird dann dadurch gesunder. Many people trust that in this puja and it's called laguk, laguk means calling, bringing back your La-Sol. Also laguk wird diese puja genannt und das heißt die Seele zurückbringen. Einmalien. Und Again, dann Keksi, Keksi means one person, how it is in every year, this year is good or bad, no, they look and that talks about this. Also das erste, was ich noch vergessen habe, dazu zu fügen, ist, das wird Keksi genannt, da wird zuallererst angeguckt, je nach dem, nach dem Geburtsjahr und so, ob dieses Jahr jetzt dementsprechend gut ist oder nicht so gut. An example like this, like you are born in one year, no, then you have this four or five element always, then like example this year is a water tiger, no, this year is a water tiger, then you take the water tiger's five element and then see, they make a combination, there is going enemy, enemy then is not so good, Also da wird dann verglichen, welche Elemente das eigene Geburtsjahr hat. und dieses Jahr jetzt zum Beispiel, also sind wir im Tigerjahr und das hat Tiger mit Holz kombiniert und da kann man sich das dann ansehen, welche Verbindungen bestehen also ob jetzt der Einfluss dieses Jahres mehr in die Seite der Mutter, des Sohnes, des Freundes oder Feindes passt also dass das entweder gut oder mittel oder nicht so gut ist das könnt ihr als Hausaufgabe, könnt ihr das machen aber es ist gut, dass dieses Jahr Ende ist, du kannst es für nächstes Jahr oder man kann sich das als Hausaufgabe für dieses Jahr oder man kann sich auch gleich schon das nächste Jahr vornehmen und one thing is that also important to know that when your vitality power is not good that means your life, then normally we do release the animal, you know, save the animal and doing the more practice of Amita Ayu Puja and like that und die Sache, wenn die Lebensenergie nicht so gut ist dann macht man Praktiken wie Tiere frei zu setzen und Amita Puja und Amitabha Puja zu machen und solche Sachen und die Ermächtigung für lange Lebenspraxis zu tun, auch das und dann wenn die Lebensenergie nicht so gut ist, dann dann normalerweise, wie sie in Text sagen, dass man etwas für die Mönger machen kann, oder sie sagen auch, wenn die Menschen manchmal sehr sick sind, dann diese Elemente ist nicht gut dann werden sie verändern, sie verändern, sie verändern, die Namen und die Körper Manchmal werden die Menschen so sick und dann bekommen sie ihre Namen. Normalerweise wird es gesagt, dass du ein Monk für wenige Tage oder dein Kleidung verändern kannst. Aber jetzt ist es vielleicht einfacher, dass du einfach deinen Hairstyle verändern kannst. Und dann gibt es auch, wenn Geld oder Wohlhaben nicht so gut ist, dann gibt es auch verschiedene Praktiken, in denen man das ändern kann. Und dann gibt es auch in den Sutras bestimmte Texte, in denen man darauf einen Einfluss haben kann, auf mehr Wohlhaben. Und dann, das vierte ist, mit der Windenergie oder dem Glück, das man hat, wenn das nicht so gut ist, das ist sehr leicht zu machen, dann kann man Gebetsfahnen aufhängen. Und da gibt es auch Lungta, also nicht nur Pudding, man kann Lungta-Pujas machen, Lungta-Sang, das man macht. Und hier steht, man kann das, normalerweise in Tibet, das ist astrologisch, wenn man es nicht so gut ist, wenn es nicht gut geht, dann machen sie auch Chachai. Und andere Sachen außer den Gebetsfahnen ist auch verschiedene Pujas, die man machen kann, Lungta-Pujas und auch so eine Praxis, Chachai zu machen. Also zum Beispiel, ich bin 50 Jahre alt, da habe ich 50 Zaza gemacht. Und auch diese Lungta-Element und da habe ich 50 Zaza gemacht.